Bitcoin stürzt ab! Erste Handelsplattform bricht zusammen! Netzminus und plötzlich geht die Kurve abwärts, die sonst so gefeierte Kryptowährung Bitcoin unterliegt gerade mächtigen Turbulenzen. Erste Fachleute sprechen von einem Kras, so sank der Kurs innerhalb. Der letzten 24 Stunden auf unter 13.000 Dollar gesunken, das entspricht einem Verlust von 20 Prozent. Auf der Website von Coinbase, einer der größten Bitcoin-Plattformen, war zwischenzeitlich kein Handel mehr möglich. Die massiven Kursturbulenzen lösten offenbar den Nutzeransturm aus, der die Coinbase sehr fahre in die Knie zwang. Zuvor hatte Coinbase seine Nutzer in Deutschland darauf hingewiesen. Dass sich die Buchung von Einzahlungen unter 1.000 Euro bis zu 10 Tage verzögern könne. Wir arbeiten daran, die volle Verfügbarkeit so schnell wie möglich wiederherzustellen. Hieß es im Status-Update auf der Coinbase-Webseite, inzwischen sei der Handel laut Coinbase aber wieder möglich. Experten warnen seit Wochen davor, dass das Bitcoin-System nicht stabil genug sei. Käme es plötzlich zu etlichen Auszahlungen, würde das System zusammenbrechen. Das echte Geld sei schließlich nicht in der Menge verfügbar. Der Bitcoin erlebte zuletzt einen massiven Auftrieb, der Kursanstieg lockte etliche Kunden weltweit, in die Währung zu investieren. Dan fünf und acht. Das ist das S Milch. Das ist das Sultad des Kurs각en von Einnahmen. Genau die Panagetsperäne. Dasữa Sそれ zu machen. 아까iez ist Padrebel, das Sutter zu dir liksom von euch. Das Erd abstractED defeat ist. Bis zum nächsten Mal.